Hallo Freunde von ArthusTV! Hier ist wieder Volker und heute wollte ich mal wieder zeigen, wie es unserem kleinen Arthus geht. Wir haben bei diesem schönen Wetter natürlich sehr viel Zeit draußen verbracht, schöne Spaziergänge gemacht und er fühlt sich sichtlich wohl. Er hat so ein bisschen gegraben, gebuddelt, deswegen hat er schon wieder so kleine Fäden am Maul. Ich weiß noch einigen Monaten oder so war er zum Apportieren zu bequem und mittels dem Futterbeutel habe ich ihm das mal so ein bisschen beigebracht. Heute Morgen war Generalprobe und jetzt wollen wir heute Nachmittag mal gucken, ob das immer noch funktioniert. Naja, ich verschwinde mal hinter die Kamera, damit keiner sieht, was für ein Affentanz ich machen muss, um den Hund dann zu motivieren, wieder zu mir zurückzukommen. Also bis gleich und mal gucken, wie es funktioniert. Achtung! Arthus, komm! Komm her! Komm her! Komm her! Ja, komm her! Ja, fein! Aus! Ja, prima! Und noch mal! Und noch mal! Komm her! Ja, komm her! Fein! Und aus! Ja, hervorragend! So, wieder ein bisschen Belohnung! 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 So, noch mal! Komm her! Ja, fein! Komm her! Ja, fein! So! Und noch beförner! Ja, hierher! Und aus! So, wieder ein bisschen Belohnung! So, prima! Und noch noch einmal, und zack, und komm her, ja, aus, aus, und gut, ja, klappt ja ganz hervorragend, also wie gesagt, Apportieren war für ihn sonst früher ein Fremdwort, mittlerweile mit ein bisschen Geduld und Futter klappt das alles ganz hervorragend, aus, ja, süßte, so, Belohnung, super, so, komm her, einmal noch, nee, komm her, und, komm her, aus, aus, so, ein kleines Abschlussbild, und bis die Tage, tschüss.